Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Eine bisschen Geräuschkulisse ist da, aber die werde ich versuchen mit Musik zu untermalen. Und ich wollte nochmal sagen, das ist jetzt hier nur ein 100 Sekunden Video. Das heißt, dass ich zu jedem Produkt, ich bin nämlich gerade nicht bei mir zu Hause in Stuttgart, dass ich da jetzt keine einzelnen Videos mache, da habe ich auch mein Kamerastetup nicht so. Und da habe ich auch mein WLAN nicht so, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal die vier neuen Produkte, die Apple vorgestellt hat. Die sieht man jetzt hier schon. Einfach so mal in 100 Sekunden, ich stelle die Stoppuhr. Und dann mache ich das in 100 Sekunden und jeden Tag wird ein Video kommen, wo jedes Produkt einzeln vorgestellt wird. Dann wünsche ich euch einfach viel Spaß beim freundlichen Zuschauen. So, ich stelle jetzt hier die Stoppuhr. Löschen. Und... 6S ist gekommen, was sehr wahrscheinlich war, weil die Gerüchteküche echt gekocht hat. Es sieht nicht so aus, hat allerdings eine 4K-Kamera, was richtig cool ist, gerade für YouTuber. Auf alle Fälle werde ich mir das vielleicht mal anschauen und mir es vielleicht auch holen. Aber ich gehe da jetzt gar nicht mehr so ein, ich mache ein extra Video dazu. Dann geht's hier auch schon. Hier auch schon weiter mit der neuen Apple TV. Ich habe ja die alte Apple TV der dritten Generation. Das hier ist jetzt die neue. Die hat auch eine neue Remote und nicht so mit Touch Remote, wo die ganzen Gerüchte waren. Die werde ich mir auf alle Fälle holen, solange sie noch unter 200 Euro liegt. Weil, ich hoffe, dass sie wieder so bei 99 Euro liegt. Der hat jetzt eine eigene App-Store, hat Siri, wird auch ein einzelnes... Dann die Apple Watch. Da ist jetzt für die Sportversion noch ein neues gekommen. Und es sind auch ganz viele neue Armbettler vorgestellt worden. Die Sportversion ist wirklich viel besser geworden. Dann geht's weiter mit dem iPad Pro. Da haben alle schon drauf gewartet. Alle wollten so dieses iPad Pro sehen. Und ich werde es mir wahrscheinlich holen. Ich weiß jetzt nur nicht, was es kostet, aber die Gerüchte sagen schon... Ich weiß jetzt aber nicht so genau. Und deshalb werde ich mal schauen. Auf alle Fälle ist es richtig cool. Dünn, leicht, gigantisch ist der Werbesatz. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, es sind gleich die 100 Sekunden vorbei. Ich werde auf alle Fälle zu einem gerettenden Video machen. Und die 100 Sekunden sind vorbei. Dann bedanke ich mich für's freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.